ok aber wir können auch deko scheiße hier herstellen oder was versteckt was sind das hier steilt das abkürt frei im metatplatz und ein container kopfvertraut und einen zahnrad brauchen wir ok cool müssen eine wassergewelle herstellen na dann kannst du mal herstellen ich hab dir schon was hingelegt dafür ob ich ehrlich ich hab bis zum metall einstecken da passt doch eigentlich dann kannst du doch eigentlich jetzt hier ach so das klasse 2 mittag das brauchen wir was ist das denn ich bin groß dafür brauchen einmal eine schraube und karl oder draht eine schraube zum beurten koffertraut naja ich kann eigentlich diesmal machen hier unbedingt so ich würde ein schwer sagen ist wahrscheinlich im metatplatz kopfvertraut und zahnrad bräuchte egal was als wir losfahren hier das sieht ja jetzt anders aus auswuchs blockiert was ist nach 8 das ist auswuchs dann das zeichen da dran das ist das zeichen wicke ich war auswuchs gewesen die und ist kackt na dann stößt die kranzer platzfurt gibt es gibt es gibt leider schön sollen hier das braucht zahnrad und wölz kämpft das einmal gut, dann geh schon auf frische Sammlung hier wo ist denn hier? ein Zahnrad ok die sehen voll nice aus das sind so schnell die kleinen Viecher, die kotzen mich an so, Kuppelbahn machen wir mal zwei und zwei ein Platz ok so ein bisschen Hals wie bin ich schwer wie bin ich schwer die wie bin ich schwer die kleinen Viecher zu treffen wie ich muss es so einsammeln auf den Tropf buchen ja so, jetzt machen wir mal zwei Etapeln achso Feuerstellen wir können schon hier ach da wir sparen nur noch viermal Holz wie gehört ihr bis zu Holz drum hier ja da ist ein Schrott was für? Zahnrad na ich bin hier gerade an einem fröhlich freshen Sammlern achso, ok da haben wir es doch was sind das für Dinge? oh so wir wollen noch einmal bolzen dann haben wir die zwei bisschen Dinger gesammelt los hast du gerade gehut? nein jetzt hab ich gut da ist ein Tochter um und Zug hier auf anscheinend ja hier gibt es da ja guck mal auf der anderen Seite da ist ein nice oh komm gescheiße da kommt ein Zug ja da ist ein Gegnerzug ne nö jetzt nicht bitte andere ich zieh mich da nach rein wenn noch irgendwas passiert hier ich hab Angst die sind stehen geblieben gell mhm ich schieße drauf ich bin feindlich für die ein bisschen Koffer nö eh eh gedrückt hin für genau Sinn sehen so genau hingesehen also den ob wir in den oh weggefallen was war ein Gegner für uns ich hoffe mir hast du die Kochstelle verkehrt drum hingestellt ja oh ich kann drauf kochen so in der ersten Kiste war ja bloß das gewesen man passt das ja so brauchst du Kupfer? ne ne brauch ich nicht brauchst du Holz ne wir brauchen jede Menge Eifern und die Kisten reintun nein ich hab jetzt 10 mal Eisen reingetan ein Tuschelett da rein und die letzte Tuschelz rein so jetzt fährt es weiter gehts ja lalala 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 einfach weiter früh die sammeln ja wie als wäre nichts passiert die sind jetzt und warten auf uns und dann gibt's Döner ja dann gibt's Döner mit extra tatsächlich oh ne danke nur scharfes Soße ja da muss alles drauf sein guck der scharf ne ne dinge n das ich gerade zerschossen habe das gibt uns Materialien ne mhm ja hab ich mich gewesig das hab ich ihm von in zu schossen naja da ist soviel sammeln wir müssen noch soviel herstellen Ob das man noch besseres Zeug bekommen? Ja, das kommt nach einer Zeit Die Dinger kann man wieder zerschießen? Wie geil ist das denn? Was? Oh, kannst du die nicht zerschießen? So, ok Die meisten Dinger ja Ja, die, die Ok, wenn wir jetzt auch in dem Er ist ein Donut, dann geht man jetzt auch Leben, ok Ja, ist mir gerade aufgefallen Mensch, ich konnte schon auf den Zug mal troff hier, verdammt Halt, bremsen Da sind Dinger Kann man nicht auch ein Dings machen hier? Ja, Wasser, genau, was passt Hab ich schon noch hergestellt Das Ding gab es vorher auch nicht Da gab es vorher noch so andere Dinger, die ich sammeln konnte Das hat es zu deinem Wasser So, Erforschung Bei Eisenbahnen und Bolzen Bolzen brauche ich für die nächste Scheiße hier Was sind das hier? Nest des Beutesammlers Garten Uns fehlt mir ein Haken Kupferdraht und Zahnrad brauchen wir Ok Also Metall herstellen Warte mir schon das Erst mal schon das herstellen Ok Kraftstoff hinzufügen Sieben Stück Ah, das versteht doch egal Das ist sehr gut Brauchen Bolzen Eisenbahnen Ich habe jetzt ein Eisenbahnen Bolzen hast du? Nee, ich brauche etwas anderes machen Ich will mehr so einen Extraplatz haben Für Inventar Ok Da brauche ich jetzt ein Zahnrad Ich baue jetzt hier Regal hin, ja? Nein, natürlich Dann können wir mich die Container auch umsetzen So, was wäre es noch gewesen Und ich brauche jetzt noch Ein Kupferdraht Ein Kupferdraht Aber kann ich gar nicht herstellen Aber du machst gerade so viel Metall hier Brauchen wir Ok ziemlich langsam Immer noch Ja So Brauche ich Nochmal Ein bisschen Belange Bolzen Hier nimm es runter So Ich bin jetzt immer Dingsherstellen Kupfer Weil ich einen Kupfergrad haben will Ja So Kupferdraht Ja, stimmt Dann Wenn wir das Menschen erforschen Das sind doch für uns beide dann, ne? Ja, ja Dann passt das ja Ich muss immer ran So Hä, Deko brauchen wir nicht Ja, noch später Hier Ach, stimmt Habe ich schon keinen Kupferdraht Da liegt doch Oh, jetzt aber So Geh Of course Hier hin So, zack Jetzt habe ich ein neues Ding hergestellt Oh Was ist das Versteck? Ja Kann man das irgendwo sehen? Ja, muss man gucken Irgendwo steht das Schmiede Schmiede Forschen Container Falsboden Lagerung Füße Leichtboden Wasser Blatt Sessel Hier stand grad da Im Platz mehr Im Inventar Bei Versteck Ja, haben wir gekriegt An Inventarplatz In allen Containern Achso In allen Containern Oh, das ist natürlich das geil So Wenn du noch Eisen Raus Kannst du hier rausnehmen Schatz Einmal Einmal Kannst den Kisten auch Namen geben, ne? 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 So, jetzt haben wir Wasser genommen Können wir viel mal trinken Ne Kein Dings mehr hier oder was? Ne, hab ich nicht mehr Oh Gott, das ist aber hier noch Ja, erledigt So, die Bremse ist gelöst, wir können bald auch machen So, ein Regal brauchen wir noch So, aber schon auf der sicheren Seite Können wir noch zwei Regale bauen? Ja, da kannst du Käse Metall dann nehmen Das dürften vier Stück sein Ja, überall Kupfer Irgendwo überall Kupfer Irgendwo überall Kupfer Die Verbände wären noch übelst wichtig Jetzt eigentlich mehr herzustellen irgendwie, oder? Ne, das kriegen wir später dann Als nächstes müssen wir Dings herstellen hier Diese komische Wasserkacke hier Das heißt, wir brauchen einen Bolzen Einen Kupferspul Einen Zahnrad Dann können wir diese komische Nässe Beutesammler herstellen Die müssen auch Mampfen, ne? Denk dran Was wir? Ja, essen Na, Wasser trinken Ja, für unsere Dings hier Für unsere, ähm Stamina-Ausdauer Ja Man, die geht noch Nichts brauche ich noch Aber wieso kann ich ja nichts kochen mehr Wir bräuchten die Chemie Wir bräuchten die Chemie Wir bräuchten die Chemie Statt zum bräuchten wir, ja Ja Das, dass wir Dings herstellen können Fett Das stimmt Wir müssen wenigstens ein Kind Holzer verwenden Ja, Fett Später kriegst du ja noch Kohle oder was Zum Kurskir Das bräuchten wir Ein Labor Da müssen wir Stufe 7 Maßnahmen werden Und Stufe 7 können wir dann Die Verbände Das heißt, wir müssen noch Zwei Stufen hochkommen Die brauchen einen Bolzen Einen Kupferspul Und ein Zahnrad Okay Na, genug Zeug haben wir ja hier Im Grunde genommen Was hast du? Ein Bolzen? Ich bringe einen Bolzen Ich stehe mal die Kupferspule her Kannst du gleich nehmen Ja Ich gebe dir wieder auf hier Ähm, äh, Zeug holen Kurs Ja, Leute, die Folge Die wird ein bisschen sich ziehen Jedes Mal hier Wir müssen sowas Das... Das würde ich sagen Das würde ich sagen Das könnte passieren Definitiv Wir müssen sowas mal hier aufwerten Erweitern Ohne Ende Wir müssen lernen, lernen, lernen Lernen In dem Spiel Da haben wir auch voll ausgerüstet Zu einem Ende Jaaa Wie müsste ich das jetzt eigentlich hinkriegen? Hm, einmal Äh, viral Hast du gemacht? Äh, was doch Ich meine wegen dem Vorsuchstisch Kupferspule hast du jetzt nicht Wir brauchen mal ein Zahnrad und Bolzen Dann zum Beispiel zwei Zahnräder Gucken wir mal Genau Zahn... und Bolzen brauchen wir Damit wir jetzt schon weiter fortkommen Ob die Stufe 7 kommen können Äh, also auf Stufe 6 Also zwei Bolzen Wir brauchen jetzt noch drei Bolzen Ich brauche Eisenbahn Drei Bolzen bräuchten wir Ganz schnell erstellen Eisen haben wir ja genug Jaaa Das noch fertig bauen Dann haben wir da Holz haben wir Holz Dail Dail Bauen ganz viel mit Dail Äh, jetzt hab ich das gemacht Die sind schon wieder am Ende So, was hab ich gesagt? Drei Bolzen brauchen wir Ja, wieso hab ich denn... Soll ich denn plus ein Barren? Ja, mit einem Fitterchen Barren? Was ist denn das für eine Scheiße? Ach egal Aufgeschissen Kann sein, dass wir überall das gleiche drin haben Oder ist alles zusammengezählt mit dir? Was? Container Achso, das sind die Container Ich hab falsch geguckt Du hast doch die Kupferspule oder täusche ich mich da? Ja, die hab ich Dann gib mal bitte die Kupferspule Ja Mh Mh Und ja Jetzt muss ich mal Holz Irgendwo ist Holz drin gewesen Naja, ist kein Holz mehr Ja, jetzt brauchst du Holz Die Kisten dafür jetzt zu bauen Neue Recycler haben wir auch hier Hier, fünfmal Holz ist hier oben drin jetzt in der Kiste So, genau, ich brauch jetzt, äh Ähm, ein Zahnrad brauch ich Genau, so Ich geh mal hier drüben erstmal klötzen Ah, da gibt's auch noch einen Haufen Material Ja, mitnehmen können Ja, hier gibt's wieder Menge Hm, hallo Hier kannst du eintauschen Alles Das haben sie nicht geändert Na, hier Mission Mission Was sind die Waffe So, was ist das für Scheiße hier? Ich geh mit dem Schiff, was ist denn das eigentlich überhaupt hier? Ja Die Rohstoffe in dieser Kiste werden nicht gespeichert, wenn du das Depot verlässt, ohne sie abzuholen Ne Auch wenn du nicht zu viel anstecken hast Ja, musst du mal in deinen eigenen Das ist ein Recycler Achso, ne, 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 das war ein Lager, okay Dann auf die andere Seite hier rüber Ich hoffe, es gibt es keine Brust